Da sah es zuletzt so schön aus mit der Aufwärtsbewegung und dann kommt ein Notenbänker und dreht mal schnell die Richtung. Aber wenn man ehrlich ist, was hat man erwartet, dass jetzt auf einmal die FED sagt, nee, nee, komm hier, wir fluten dann doch wieder mit neuem Geld. Nein, die FED hat deutlich gesagt, was sie machen will und die Märkte haben es bereits eingepreist. Zumindest mal die Zinsmärkte, die rechnen ja damit, dass die Kurse, die Preise, sozusagen die Zinspreise noch weiter steigen, nämlich 5,5%, 5,75% sind eingepreist vom Markt und das ist offensichtlich aktuell die Erwartung und da wird auch sicherlich von der Notenbank nicht großartig was anderes kommen. Dass man jetzt so erschreckt, so verschnupft darauf reagiert, ist vielleicht auch ein Zeichen, dass man sich ein bisschen übernommen hat für die bullische Seite. Zumindest mal im Vorfeld, wenn man sich hier die letzten Tage mal anguckt, da war es so schön nach oben gegangen, dass man sich die Frage stellt, was war hier der Plan? Aber wollen wir nicht rummaulen, jede Aufwärtsbewegung ist ja erstmal herzlich willkommen. Diese insbesondere, weil sie aus meiner Sicht, zumindest mal von der Grundform, eigentlich eine ganz schicke Situation widerspiegelt. Ich mache es mal sehr grob, so sieht typischerweise ein klassischer Impuls aus. Man könnte hier noch ein bisschen anders zeichnen mit internen und externen Wellen oder übergeordneten Wellen. Aber im Wesentlichen kann man sagen, so sieht eine impulsive Bewegung hier nach oben aus. Wir haben entsprechend einen Impuls nach oben, jetzt eine Abwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung sieht auch noch nicht so schlecht aus, denn die sieht klassisch dreiwellig aus. Also ihr seht das, hier vorne ging es mal schnell runter, dann ging es hier dreiwellig wackelig nach oben und zack nochmal die Fortsetzung nach unten. Das ist alles klassisch. Das ist das, was ich hier jeden Nachmittag, mit Ausnahme von gestern, aber mit euch durchgehe. Nämlich die Situation, die eigentlich typisch ist für bestimmte Chart-Situationen, dass man eine starke Bewegung hat, Gegenbewegung zwischendurch mal in kleiner Form, dann eine dreiwellige Aufwärtsbewegung und anschließend nochmal eine starke Abwärtsseite. So, wenn wir uns das allerdings wiederum angucken, und zwar hier im 4-Stunden-Chart, dann ist das, was wir hier haben, ja auch wieder nur eine dreiwellige Bewegung und es besteht die Chance, das ist kein Versprechen, aber es besteht die Chance, dass der Kurs anschließend, wenn er hier jetzt nochmal drüber hinaus geht, sagt, wieso, wir sind als letztes impulsiv nach oben gegangen, wir haben eine korrektive Abwärtsbewegung gehabt, drei Weller, sagst du auch immer, anschließend geht es nochmal nach oben. Also hier könnte sich in Kürzenden tatsächlich eine Trading-Situation abzeichnen, zwischen Hochs hier, das sind die von heute Vormittag, das wären mögliche Trigger mit der sehr einfachen Erwartungshaltung, dass der Kurs anschließend das nochmal nach oben hat, es wäre zumindest mal nicht so abwegig, also das gleiche nochmal nach oben, das würde uns sogar führen in Richtung 4.170. Vorsichtig, wer jetzt begeistert ist und sagt, oder kaufe ich doch jetzt schon, dann kann ich aber viel günstiger einsteigen, die Aussage ist nicht, dass es jetzt da direkt nach da oben ist. Allerdings, wenn wir dieses Zwischenhoch hier rausnehmen, wäre das klar als Korrektur klassifiziert und die Chancen hierfür wären sehr groß. Sehr groß heißt leider nicht absolut, denn manch einer weiß es, es gibt durchaus Formen, die dann nochmal so aussehen, dann fühlt man sich völlig hinters Licht geführt und anschließend geht das nach oben, aber das sind komplexere Formen, die wollen wir jetzt nicht ansprechen. Das Chance, Risiko für diesen Trade sollte in Ordnung sein, zumal man den Stop für diese Überlegungen ja unter dieses Tief setzen kann oder eben die 78er Marke. Ihr wüsst ungefähr, wo ich die hinlege, müsst es selber nach, wenn bald das Tief sich hier wirklich qualifiziert hat, wäre das zumindest mal eine Trading Idee, der man nachgehen kann. Und ihr seht schon, ich mache die jetzt mit Q1 markiert. Das heißt, das ist etwas, was für mich auf die engere Auswahlliste eines Trades kommt und ich werde euch das rausschicken, natürlich im Born for Trading und wenn ist die Zeit erlaubt, im Trade des Tages. So, also ihr habt eine Idee, wie das ungefähr aussehen kann, dann gucken wir auf den Nasdaq, da ist es nahezu identisch, das heißt, das können wir uns da auch mal angucken, das können wir dann auch messen. Auch hier gilt der Grundsatz, dass wir hier vorne eine starke Aufwärtsbewegung haben. Hier war eine Pause, starke Aufwärtsbewegung. Hier war eine Pause, starke Aufwärtsbewegung. So sieht typischerweise ein Impuls aus, um es mal sehr vereinfacht darzustellen. Dann haben wir hier eine starke Abwärtsphase. Wir hatten dreiwellig nach oben und anschließend sollte ungefähr das, was wir hier nach unten hatten, sich da noch mal anschließen. Das hat der Markt abgefrühstückt. Damit haben wir die Hausaufgaben gemacht und wenn jetzt der Markt, jetzt habe ich mich noch verklickt, wenn der Markt jetzt dieses Zwischenhoch von heute Vormittag durchstoßen sollte, die gleiche Überlegung für eine Long-Situation. Also den Rest könnt ihr euch jetzt selber ausmalen. Wenn ihr es gar nicht abwarten könnt, könnt ihr natürlich auch im kurzfristigen Chart schauen, ob es vielleicht auch so schon mal im Kleinen aussieht. Dann könnt ihr natürlich hier schon versuchen reinzukommen. Wenn es so ähnlich eben aussieht, ist das zumindest mal eine Option. Das ist natürlich bei allen Märkten so, wobei ich S&P und Nasdaq ein bisschen schöner finde von dem internen Verlauf. Das Grobe ist allerdings beim Dow Jones auch nicht groß anders. Beim Dow Jones hätten wir ja sowieso die Chance, dass wir noch mal die Aufwärts-Trend-Kanal-Seite hier sehen. Dann wird sich da entscheiden, ob der Markt wirklich sagt, ach komm, jetzt vergeben und vergessen, auf abwärts, das sind olle Kamellen. Wir sind tief genug gegangen. Korrektiv heißt runter. Das ist zwar nicht symmetrisch. Gleich lang hätten wir noch da runter gemusst, aber es ist korrektiv. Es ist bis zur 38er. Wir laufen weiter. Aber diese Entscheidung wird am Trend-Kanal und spätestens dann vielleicht an dieser Stelle entschieden. Vorher vorläufig erstmal nicht. Aber aktuell zumindest mal die Chance für die Aufwärts-Seite. So, jetzt rede ich die ganze Zeit von Aufwärts-Chancen. Gibt es denn für abwärts keine Chancen? Doch, doch, doch. Machen wir das Szenario und ich mache es beispielhaft beim Dow Jones. Ihr könnt das allerdings übertragen auf alle anderen beiden amerikanischen Indizes auch. Schub runter, haben wir gesagt. Hier ging es mehr oder weniger dreiwellig nach oben. Jetzt wieder Schub runter. Hier von mir aus wieder eine Pause. Idealerweise nicht überschneidend mit diesem Tief. Und es geht noch mal runter. Dann hätten wir einen Fünffäller. Das ist dann so ähnlich wie diese starken Aufwärtsbewegungen, die wir eben gesehen haben. Fünffällig nach unten. Und wenn es dann korrektiv wieder hier hingeht, korrektiv heißt dreiwellig oder eben mit Kursüberschneidung dahin geht, wären die jeweiligen Zwischentiefs Trigger für die Short-Seite. Das gilt hier grundsätzlich auch Trigger für die Short-Seite. Problem ist, das war nicht die erste Abwärtswelle, sondern es war schon die dritte. Wir hatten ja vorne schon eine. Das heißt, wenn das nicht die erste ist, dann ist das nicht die dritte. Das heißt, das ist die fünfte und die ist gerne auch wieder ein bisschen kürzer. Und da gehen dann häufig die Chance-Risiko-Verhältnisse nicht mehr so gut auf. Deshalb suche ich hier jetzt nach der fünften Welle nicht so gerne nach dem Einstieg. Wer sagt, da bin ich mutig genug, viele Anzeichen sprechen dafür und ein bisschen Ahnung hat, wovon er redet, kann natürlich auch die fünfte Welle handeln. Aber an sich handele ich am liebsten die dritten Wellen. Warum geht das dann hier? Naja, wichtig ist, dass wir dann diesen gesamten Zyklus irgendwann beendet haben und diese anschließende Korrektur, die wir hier haben, die muss dann groß genug sein. Ich mache mal ein Beispiel, wie das in etwa aussehen kann. Stellt euch vor, das sieht in etwa so aus. Dann müsste eine hinreichend große Korrektur mindestens bis zu 38 oder 61,8 gehen. Also in genau diese Box hier rein. Wenn das der Fall ist, ist diese Korrektur hinreichend für diese gesamte Bewegung. Deshalb messen wir ja auch die gesamte Bewegung und nicht nur einen Teil daraus. Ist er also da, wäre diese gesamte Bewegung die erste Abwärtswelle. Wieso die erste? Naja, vorher ging es hoch. Dann wäre das die Pause und danach das die dritte und die wiederum ist gerne so lang wie die erste Welle. Also ihr seht, diese Korrektur ist auch viel größer als das, was wir hier haben und hier haben und dementsprechend passt sie zu dieser gesamten Bewegung. Und deshalb lässt sich auch das Short-Szenario nochmal abbilden. So und jetzt Frage an das Ratteteam. Welches wird jetzt passieren? Keine Ahnung. Das ist ein Punkt, den ich die Marktteilnehmer entscheiden lasse. Warum soll ich mich da jetzt festlegen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, an der Stelle wäre das ein Long-Signal. An der Stelle wäre das ein Short-Signal. Alles, was dazwischen ist, handle ich entweder nicht oder aber handle ich auf einer kleineren Ebene. Dass ich sage, naja, wenn der hier so ist, wackele ich runter, kann ich doch hier den kleinen hier nochmal nach oben handeln. Das hängt jetzt davon ab, ob ihr euch wirklich im 5-Minuten-Chart lieber im 15-Stunden-Chart oder auf Tagesebene wohl fühlt. Das Prinzip ist jedenfalls das Gleiche. Das könnt ihr zur Orientierung zumindest mal mitnehmen. So, ich habe es eben schon mal erwähnt, Trade des Tages und den Trade, den ich vorhin in Bonfer Trading schon rumgeschickt hatte, das war beim DAX. Genau genommen war es beim DAX Future. Und zwar hier, ihr seht das hier, da hatte ich ein paar Marken genannt. Also, der heutige Trade des Tages, wer den verpasst hat, der hat das Ziel schon verpasst, denn das haben wir eben gerade gesehen, vor wenigen Sekunden hat er das hier erreicht oder vor wenigen Minuten hat er das hier erreicht. Wer weiterhin solche Nachrichten will, der ist natürlich herzlich eingeladen, da sich anzumelden, Bonfer Trading, entweder, das ist allerdings kostenpflichtig, für den das nichts ist, ist allerdings bei Trade des Tages, zumindest mal mit ausgewählten Trades, dann zumindest mal mehrmals die Woche nicht zwingend täglich, aber mehrmals die Woche ausgestattet mit Trading Vorschlägen, wie diesen. So, viel mehr gibt es hier eigentlich gar nichts zu sagen, vielleicht ein letzter Blick nochmal auf den DAX Index, der hat bisher allerdings nur von dieser Hochmarke einen ersten Abstieg hier geschafft, dann wackelig die Aufwärtsbewegung und nochmal die Fortsetzung, so könnte das eventuell aussehen beim DAX, das hängt so ein bisschen davon ab, ob er das hier wackelig hinbekommt, ja oder nein, und dann ist allerdings die Logik dahinter ungefähr die gleiche, die wir besprochen haben, eben beim Dow Jones und in umgekehrter Richtung beim S&P und beim Nasdaq. So, jetzt hoffe ich, dass ihr das Beste aus diesen Ideen und aus diesen Anregungen macht, ich drücke euch auf jeden Fall dafür die Daumen, wünsche euch alles Gute und sage liebe Grüße. ... ... Vielen Dank.